Jetzt wird das wieder geteilt und das ist wieder scheiße und dann muss ich alles wieder von vorne machen und das geht überhaupt nicht im Moment. So, neun Bronze. Gut. Fließt, meine Lieben. Fließt. Also diese... Ich hab Alzheimer, ja. Ich stell lieber etwas runter, dann geht das etwas besser. So. Also, diese... Vier. Super. Eins. Zwei. Drei. Fehlt noch eins oder zwei. Komm, ich tu mal zwei rein. Ja, da fehlen noch zwei. So. Hinten ist Aluminium. Aluminium brauchen wir. Ja, natürlich. So, Gold arbeitet mal etwas schneller. Hier sind 3000, hier 950, hier sind 1000. Also, ich hab hier noch genug Lava drin. Sagen wir das Ganze mal so. Ich würde jetzt gerne mal da reingucken. Ich sollte mir mal... Irgendwas bauen dafür. Gibt es hier eins. Scheiße, sind doch drei. Okay. Ja, hätte ich mir eigentlich denken können. Hm. So, das nächste Mal habe ich jetzt den Entschluss gefasst. Ich tue einfach immer nur ein Vielfaches von 9 da rein. Dann müsste es eigentlich auch klappen, denn ja, 9 ergeben einen Block. Und wenn ich 9 drinne habe, dann... Und da immer drei rauskomme, dann habe ich jetzt drei Blöcke oder sowas. Und, ähm... So mache ich das einfach. Dann habe ich keine Probleme mehr damit. Was... Finde ich... Sehr clever ist. Hoffe ich. Allerdings kann ich das jetzt mit dem Aluminium nicht... Äh... Hervor... Äh... Hervor... Ähm... Ja... Vorsagen, weil ja hinten noch einen Block drinne ist. Deshalb muss ich da alles reinmachen und das nachher wieder rausnehmen. So, was haben wir denn noch? Kappa, Zinn, Indium. Lead Iron, Silver. Cardium, nein, 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 nein. Dann tue ich jetzt Zinn zum Beispiel nur 9 rein. Der Rest bleibt hier. Und immer wenn... Ah, da ist zum Beispiel was 11. Dann tue ich die halt einzeln rein. Dann kommen genau Blöcke raus, die ich haben möchte. Was ich eigentlich sehr lobenswert finde. So, komm raus. Und weiter. Zwei. Äh... Scheiße, es waren 8 drinne, 1 ist rausgekommen. Also baue ich noch 2. Gut. 2 Aluminium. Aluminium. Wo bist du da? Block auf Aluminium. Oh, Aluminium. 1, 2. Gut. Das kommt jetzt natürlich wieder da rein und wird wieder geschmolzen. Ich kann das nicht schmelzen. Wieso kann ich das nicht schmelzen? Ich kann damit nichts machen. Aber wie bekomme ich da den Browser aus? Warte mal. Erstmal lasst er rein tun. Zinnohr. Das bedeutet ja... Das nützt überhaupt nichts. Aber wieso denn? So, Aluminium-Ingot. Wie macht man den denn? Aus einem Aluminium-Block. Gut. Man macht das einfach in der Smeltery. Man nimmt Bauoxid or Powder or Air Sharpless Crafting. Smelting. Das... Block of Aluminium. Super. Und wie kriegt man das? Aus einem Aluminium-Block. Warte mal. Ich habe doch gerade... 18, das sind zwei Blöcke. Ich habe doch gerade eben das da reingelegt. Wieso? Verdammt noch mal. Geht das nicht. Wieso? Wieso? Es gibt so Tage, da kann man sich selbst aufhängen. Das bedeutet, das ist auch wieder nutzlos, weil ich das hier mitgemacht habe. Das bedeutet, ich kann wieder schlafen gehen. Ich könnte ein bisschen ausrasten. Sin-Ingot. Was passiert, wenn ich Raw Aluminium in den Ofen tue? Ich kann damit nur ein Solid-Block of Ender machen, ne? Und was macht man damit? Habe ich noch dabei, was ich nicht gebrauchen kann? Okay. Ich gehe jetzt farmen. Und das kann ich ja mir sonst kein Aluminium holen. Scheiße, wie viel war da drinne? Gut. Ich kann zwei da rausfüllen. Jetzt bin ich genau an der gleichen Stelle wie vorher. Komm, gib's mir. Super. So. Weg mit dir. Äh, da. Shad breaks. Rock of Bronx. Shap here. Äh, mit der Safir-Teil kann ich mir mal eben kurz noch eine zweite Pickaxe bauen, denn die sind immer sehr haltbar. Was ich sehr begrüße. Allerdings bin ich nicht so doof zum Pickaxe bauen. Und das ist nicht sehr begrüßenswert. So, fünf Attack. Weg damit. Das kommt. Ach, da habe ich noch zwei Sticks liegen. Was kommt da hin? Was brauche ich hiervon? Nichts. Was ist im Jet... Äh, Backpack drinne. Mal gucken. Da ist nichts drinne. Gut. Gut, dann nehme ich das Backpack mit. Und gehe mal eine Runde farmen. Denn das macht ja so viel Spaß. Tut mir leid, Leute. Aber das war jetzt ganz und gar nicht meine Absicht gewesen. Hier so solche Dummheiten zu begehen. Naja. Was will ich mit Opal? Was will ich... Was will ich mit dem Zeug? Was? Ich möchte doch einfach nur, ne? Okay. Neuer Plan. Ich nehme zwei Stunden hintereinander auf. Und lasse dazwischen ein bisschen die... Törte laufen. Damit sich das Ganze auch lohnt. Und dafür brauche ich... Ja. Das war eigentlich auch schon der Plan. Dafür brauche ich natürlich große Kisten. Die ich mir baue. Die ich dann irgendwo in der Landschaft stehen lasse. Wie immer. Und hier abbaue. So. Und ich baue mir natürlich Sticks wieder. Die ich... Eigentlich ja schon... In... Oh mein Gott. Die ich überall stehen habe. Aber da jede Menge Zeug drin ist. Was ich auch wieder nicht brauche. So. Komm. Zwei. Vier Kisten reichen. So.